Hallo liebe Wildkamera-Freunde, heute wieder ein Film aus der Konserve, das heißt Aufnahmen, die ich mit der T10-07 gemacht habe und noch nicht verwendet habe in einem Film. Zum Wegwerfen sind sie zu schade. Die Kamera hat keinen Ton und das hat Javari operiert. Hier gibt es ein Video dazu, interessant zu sehen. Und weil die Kamera keinen Ton hat, unterfüttere ich sie heute mit etwas Musik und Vogelgezwitscher. Viel Spaß beim Anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Musik Musik Ja und das war es auch schon wieder, das waren die Aufnahmen mit der Kampak TC07, damals noch ohne Ton und das ist er nun repariert. Ich danke dir, dass du dir das Video angeschaut hast, hat es dir gefallen, gib mir bitte einen Daumen hoch und nun kommt ja das Übliche, du kannst mich natürlich kostenlos abonnieren und die Glocke betätigen, damit du nichts mehr versäumst. Alles Gute und bis demnächst. Musik Musik Musik